Begrüße recht herzlich unter uns an der Spitze, wie immer vorneweg, der Spielmannzug Schildermiesensee unter Leitung von Bernd Wendt. Und die zweite Kapelle, die Freiburger Blasmusik unter Leitung von Petra Wörmke. Natürlich auch unsere Begleitung, die Feuerwehr unter Leitung von Carsten Heilemann, die uns sicher durch die Straßen geleiten wird. Auch unter uns unser Bürgermeister Carsten Hubert, unser Ehrenbürgermeister Siegfried Wichmann und unser Ehrenpräsident Herbert Guthahn. Herzlich willkommen! Vielen Dank!